Los, los! Heia! So, aber ich nehme mich denn nochmal. Ich bin ein Axin. Ein Kalibarer. Mhm. Ach, herrlich. Du bist so gut wie tot! Hier spricht's nicht. Jetzt geht's rund! Genau, so geht's rundherum. Soviel zu dem Thema. Soviel zu dem Thema. Soviel zu dem Thema. Oh, 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 oh. Ihr seid echt ein bisschen ekelig, ne? Ein bisschen sehr ekelig seid ihr sogar. Soviel zu dem Thema. Na! Hässlicher Bastard. Oh, Monixe! Weg, 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 weg! Oh, verdammt! Und schon wieder nicht gespeichert, ich Dussel! Oh, 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 oh. Zu spät gesehen. Oh, kacke, 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 kacke. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ganz entspannt. Ganz ruhig. Ganz entspannt. Oh. Okay. Ich habe nicht allzu viel verloren, so wie es aussieht. Langsam. So, noch ein Versuch. Mit Axi. Machen wir mal Art. Hallo, Herr Kannibale. Du wirst es nie lernen. So. Den ersten hätten wir. Sind die alle schon tot? Gut. Wäre ja kein Wunder, wenn hier die Viecher rumgetoben würden. So. 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 was zu tun haben. Und tschüss. Oh, bisschen speichern bei Gelegenheit. Kann nicht verkehrt sein, ne? Zumindest nicht bei der Art und Weise, wie ich zocke hier. So, das war das Ding. Oh! 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 So, läuft das. Schlagt ihn! Tötet ihn! Schlagt ihn! Schlagt ihn! Verfluchte Scheiße! Los! Auf geht's! Dann können wir das? Nein! Nein! Oh! 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 Nein! Das ist doch nicht wahr! Echt jetzt? Really? Oh! Ich pass nicht auf! Ich pass da nicht auf mich auf! Ich muss mein Lebensbalken besser im Auge behalten! Hm... 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 Weiter so, Plätze! Komm jetzt! Genau! Jetzt wollte ich... Dorthin! Kann über einen Daufer! Komm schon, Plätze! Langsamer! So! Dann nehme ich nochmal ihn hier! Schlechte Idee! Bist du? Oh! Ja, komm her. Macht schon, verdammt nochmal. Was habe ich denn hier gemacht? Oh, Alter. Ganz schön dämlich gewesen worden. Ach, der war schon tot. Okay. Aber der ist noch nicht tot. Wieso kann ich das hier nicht tun? Ich kann jetzt nicht speichern. Wie? Ich kann jetzt nicht speichern. Und ich kann nicht speichern, siehste? Schon gemacht. Okay. Ja, so langsam klappt das ein bisschen besser. Ja, ja. Donner hilft auch. Achso, ja, Donner. Äh, genau, genau. Der hier, ne? Tor 3 hält 30 Sekunden. Wir erhöhen die Handgrosskraft um 30%. Mal gucken. Ach, das ist ein Toter. Schlagt ihn! Tötet ihn! Los, auf ihn! Jetzt alle gemeinsam. Tötet den Bastard! Fehler. Ja, umgebracht. Ich werde dich abstrahlen, du wie ein Hund. Nein! Du riechst wie totes Fleisch ab! Ah! Tenk, tenk, tenk! Jetzt können wir speichern, so, tralalalala, tralalalala, jetzt hat er aber keinen Donner mehr. Doch, einen Donner hat er noch. Einmal Donner gedrückt, obwohl ich gar nicht Donner drücken wollte. So, haben wir jetzt. Aufgeräumt. Jawollingen. Etwas Phosphor, sehr schön. Hm, was kocht ihr denn ne leckeres? Das riecht aber gut. Ah, Reparaturset. Okay. Kalzium Equrium. Hm, sehr schön, sehr schön. So, hier liegt noch irgendwo was rum. Da. So, damit hätten wir das Kannibalendorf erledigt. Oh, Banditenlager, okay. So, da gibt es noch einen weiteren Teil dahinter. Wird doch alles ein bisschen größer. Mir bleibt keine Wahl. Du bist tot, bin tot! Greift ihn von hinten an! Du bist tot, bin tot! Uga, uga! Du bist tot, bin tot! Du bist tot, bin tot! Du bist tot, bin tot! Ah, nein! Oh! Yes! Da guckt ihr ne? Was mit eurem Kumpel, das passiert hier. Da guckt ihr nur. Wieso kann ich ihn nicht erschießen? Wieso kann ich ihn nicht erschießen? Was soll das? Tja, das ist ja ein Ding. Kann ich ihn nicht erschießen? Na komm her. Ja komm. Ja komm her. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Das war's. Jetzt bist du dran. Achso. So, einmal Quen bitte. Quen hab ich gesagt. So. Bisschen Wasser. Ja, ich hab den Urläppchen gestoppen. Genau, hast richtig erkannt. So. So. Alter Schwede, der wird ganz schön zugeschlagen. Ja. Hei, 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 hei. So wie gerade ein Langschwert-Schema. Ach, ich will nicht wissen, was hier passiert ist, ey. Da hinten laufen wieder diese Schweinehunde. Hei, 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 hei. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, ne. Oh, guck dir das mal an. Hier, so ne Schweinerei. Ich werd dich abschlachten wie nen Hund. Achso, du wärst das. Umzingelt ihn! Er spricht Flüche. Was ist das jetzt hier mit euch? 754, nachdem ich so heftig gefightet habe. Nur 754, also gerade mal 14 oder 24. Das find ich echt ein bisschen mau, ne. Alter Schwede, da hinten müsste ich auch noch mal runter. Das ist das, was ich so heftig gefahren bin. Naja, zumindest schon hier unterwegs, nicht irgendwie noch Schweinereien zu lauern. Ein Kilo, versteckter Schatz. Nein, nein, wird nicht passieren, dafür bin ich noch nicht stark genug, ich bin noch ganz klein und unschuldig. Komm schon! So. Der Critch ist da, wunderschön genau, da hin. Ja, dann lauf doch, du Dussel! Bist du kaputt? Ja, wunderbar. Schon mal 50% runter. Was ist denn? So. Mal gucken. Ne, sind drin schlechter. Ja. Mal gucken. Neue Stiefel sind gut. Die Nehmung. Ich hab ne bessere Waffe hier. Ne biste Waffe. Moment, wo haben wir denn ne bessere Waffe hier? Ich hab keine bessere Waffe. Oh, da unten hab ich noch welche. Das sind alles nur Knüppel, die bringen doch nix. So, Gesellenreparaturs, Waffenreparaturset auf ihn. So, eine Stahlwaffe auf 91 geprügelt und der ist auch bei 91, gut. So, für diese Bolzen benötige ich Stufe 14, ärgerlich. Hat er noch nicht. Alles klar, okay. 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 Okay.